Und wo ist Sebastian hin? Keine Ahnung. In der Holding hat er jedenfalls alle Termine platzen lassen. Das hat mir die Reißel vom Empfang gesagt. Er hätte mir wenigstens mal Tschüss sagen können. Ja, weil er ja so an dir hängt, ne? Und? Und in dir seine Traumfrau gefunden hat. Sagt ihr nur, was ihr wollt. Ich glaube, dass er mich ganz gut findet. Ich glaube, da muss ich dich enttäuschen. Sebastian steht ausschließlich auf sie. Ausgerechnet auf die. Hey, Kopf hoch. Und wenn du jemand zum reden brauchst, dann melde dich bei mir, ja?